Erinnerungen synchronisiert, Sequenz 5 beendet. Sehr schön. Gefällt mir. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templar haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Desmond ist wieder aktiv. Business. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Falschirm. Hörst du mich? Test, Test. Eins, zwei, drei. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes, starkes Signal. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Na, super. Dann geht's. Dann mal los. Okay. Dann mal los. Alles klar, und jetzt hier hoch. Suchen wir diese dämliche Energiequelle, die wir brauchen, um den Eingang zu finden. Plus den Schlüssel, den wir durch Connors Erinnerung kriegen. hoffentlich. Hoffentlich. Echt mal, das war verdammt knapp. Krass, runtergerutschen, dann plötzlich. Huh. Hoch hier. Komm. Und weiter und weiter. Und weiter. Und hoch hier. Dass diese Kabel hier nicht irgendwie elektrisch sind oder sonst was und mir wehtun könnten, da denkt hier keiner dran, ne? Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv breit. Klappe schon. Wie gesagt, danke Freunde, dass ich hier laufen kann. Oh. Knäppchen. Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest du? Das klappt schon. Keine Angst. Na ja, ein bisschen Angst wird schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Schon. Ein Witz. Das war ein Witz. Oder nicht? Na schon, ey. Meine Güte. Der Mann muss ja immer so, weißt du, so unnötig Angst erzeugen. Immer so witzig sein. Spring, wenn du bereit bist. Aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du's nicht, verfehlst du das Gebäude. Okay. Haben wir alles dabei. Zahnpasta, Hantuk. Flasche Wasser. Was zu trinken, was zu essen. Haben wir? Alles klar. Dann sagen wir auf 3, 2, 1... Spring, Gernonimo! Äh. Wow. Jetzt soll er auf dem Haar landen wahrscheinlich, ne? Ah. Ah. Das war nicht übel. So. Du bist also dessen. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen. Aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Nein. Der Typ war ja echt behindert. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht. Glaub es oder nicht. Er war mal ein Assassine. Der Assassine. So wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent. Programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle, oder? Wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos, ohne den Schlüssel. Ja, läuft ja. Okay, reden wir mal ein bisschen mit Rebecca. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von mir. Glaubst du es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet. Irgendwo. Lebendig. Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieß sie ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Sie war mächtig, klar. Aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit, sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent. Wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross... Wenn du die Akte liest. Abstergo hat... Sie... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück. Wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern. Die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich... kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden. Versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca? Ich wäre einen Moment lieber allein. Alright, alright. Gucken wir gerade unsere E-Mails nach. Von Rebecca Crane. Patchnotizen. Heiho. Hatte etwas Ruhe, während du weg warst. Also dachte ich, ich schau mal, ob ich nicht das Pripsystem etwas abbrechen kann. Eigentlich ist das schon eine ganze Weile fertig. Aber da der Animus im sicheren Modus lief, wollte ich lieber keine Installation versuchen. Was ich verändert habe, sollte er... Sollte er wie heißen, weil einige aus den anderen Zellen mitgeholfen haben. Das Zielsystem wurde modifiziert. Du sollst nur leicht im Kampf geschehen und wieder herauskommen. Achso. Da ist noch eine Menge anderes, aber dein Vater nervt schon und ich müssen mich wieder an die Arbeiten machen. Also mache ich hier mal Schluss. Ich melde mich bei dir auf der anderen Seite, dass du auf Neuerungen stößt. Sean Hastings. Erstmal willkommen zurück. Freue mich, dass es dir wieder gut geht. Kann mir kaum vorstellen, wie du da... Wie das für dich war, darin gefangen zu sein. Wenn du mal darüber reden willst, sag einfach Bescheid. Jedenfalls, du wirst dir in die Datenmarken nahezu unverändert geblieben, abgesehen von ein paar kosmetischen Verbesserungen. Wie bisher wirst du informiert, wenn ich einen neuen Eintrag hinzugefügt habe. Er sagt dir auch Bescheid, wenn Einträge bearbeitet wurden. So ist das eben manchmal, wenn es mit deinem verschwörerlichen Verfahren zu tun hat. Achso. William. Ich weiß, man lässt sich leicht anblinken, wenn man im Animus ist, aber ich hoffe, wir konzentrieren uns hier alle. Wir sollten so schnell wie möglich den Schlüssel finden. Und klärt es erst mit mir ab, bevor ihr im Tempel herumstreut. Und tragt eure Headsets zu jeder Zeit. Wir können es uns nicht leisten, jemanden zu verlieren. Nur weil er oder sie zu neugierig war. Den ist schon unterbesetzt. Boah, ich habe keinen Bock, diese... Wie viel sind denn das? All diese Besuche von Juno und ehemals scheinbar auch, haben mich auf die hinangebracht, was ist mit Tinia und Minerva passiert. Sie sind doch die, die uns zu dieser kleinen Apokatwissen eingeladen haben und jetzt haben sie sich verdrückt. Schon ungünstig. Verdammt unhöflich. Ich werde da später mal etwas rumstochen. Ich werde da später mal etwas rumstochen. Vielleicht lässt sich an irgendwelchen Spuren kennen, was mit ihnen passiert ist. Was? Ähm... Sieht aus, als hätte Juno einen Narren an dir gefressen, aber lass lieber die Finger von ihr für so eine Art Ausflug. Bleibt uns keine Zeit. Dürfte außerdem eher ein Höllentritt werden. So wie diese ganze Sache übrigens. Diese letzte Tür-Erlösung, äh, oder was verspricht sie? Aber für wen? Für uns? Wer weiß. Wir sitzen hier, arbeiten uns den Levertesten ab, für deren Ziel, über das wir praktisch nichts wissen. Aber es ist unsere einzige Chance. Also hätten wir das auch geklärt. Okay, das ist wahrscheinlich Minerva mit diesen kommenden Zahlen. Ich habe einen Weg gefunden, die Impulse besser zu steuern, einen Gedanken zu formulieren und ihm eine Struktur zu geben, eine Ordnung in ihr. In ihr fürchtet Ordnung. Dein Volk, die sanfte Hand, wird die Herde. Es ist ein Zeichen von Güte, nicht Grausamkeit. Ob du das je verstehen wirst, deine Feinde tun es bereits. Aber sie sind dennoch gleichen Ursprungs, ihr Konzept ist fehlerhaft. Sie sind nicht würdig, ihr seid alle nicht würdig, unsere Gabe zu empfangen. Ich bin mir bezüglich Helfen, das klingt etwas nachgegraben. Bin noch nicht 100% sicher, aber woher sie stammen. Mein erster Instinkt sagte mir, er begann. Als Assassine sein Vater war einer, denke ich. Doch wie es scheint, war er ein Templer und das scheint schon sehr früh. Das ist schon sehr früh. Vielleicht hat er sie jemanden abgenommen. Das ist schon ein paar Mal geschehen. Immerhin sind sie sehr praktisch. Es berecht mich, dass nicht noch mehr Templer gebraucht von diesen Waffen machen. Es ist nicht schwer, sie anzufertigen, wenn man weiß, was man tut. Es funktioniert, ich sollte nicht so überrascht sein. Elektrische Impulse bewegen sich von einem Pfad auf den anderen. Du nennst sie Netzwerke unser Wort. Dafür war eher sowas wie Straße. Es ist immer nach schweren Gedanken von einem Medium auf ein anderes zu übertragen. Und doch geht es, es geht, es geht. Was ist das denn jetzt? Ja, schon. Ja, tschüss.